Das Land Baden-Württemberg könnte kaum kreditwürdiger sein. Zu diesem Ergebnis kommt die bekannte Ratingagentur Standard & Post nach einer Untersuchung der Wirtschaftsfaktoren im Südwesten. Sie vergibt die Bestnote AAA. Finanzminister Nils Schmid stehe nun vor allem noch vor der Aufgabe, die Neuverschuldung 2015 weiter nach unten zu treiben, heißt es. Mit dem guten Rating wird es dem Land leichter fallen, auch internationale Projekte zu finanzieren.